Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Heute zeige ich dir, mit welchen Nail Art Pinseln du die besten Ergebnisse für dein Nageldesign erzielst. Die Grundlage deines Nageldesigns sind die Malpinsel, mit denen du die etwas gröberen Motive oder den Untergrund malen kannst. Feine und filigrane Verzierungen designst du mit den Fineliner Pinseln. Die feine Pinselspitze eignet sich perfekt für zarte und detaillierte Zeichnungen. Für die perfekte One Stroke Malerei benötigst du die One Stroke Pinsel. Mit der Pinselspitze werden zwei Farben gleichzeitig aufgenommen und auf den Nagel übertragen. So gelingen dir tolle One Stroke Motive im Handumdrehen. Ich hoffe, dass ich dich bei der Auswahl der Nail Art Pinsel unterstützen konnte. Eine Übersicht unserer gesamten Pinsel findest du im Online Shop. Bis bald und viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir deine Anna.